Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... God of War... Ah, ich wollte gerade sagen, schon wieder so motiviert. Hehehehe. Ah, jetzt weiß ich wieder, woher wir... Da kamen wir her. Wo ist denn die andere Richtung? Ne, nach da hinten halt. Ah, da war die Truhe, stimmt. Ja, ja, genau. Ich bin ein Eierkopf. Ja, das sehe ich auch so. Danke. Bitte. Ich hab dich auch hin. Ja, ich weiß. Ja, stimmt. Ja, aber da waren wir ja schon durchgelaufen. Ne. Wir haben doch da hinten, haben wir dann... Ach, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ist ja jetzt nicht so weit. Oh, rutschen... Äh, ganz schön viele Leichen. Ja, ich dachte, wer ist das? Wir waren da schon. Ja, das waren wir. Ja. Hast du vergessen, Junior, hä? Nicht der Junior. Iiii, Spinnehutle. Da hast du gerade im Skelett einen reingeballert. Naja, das ist richtig, was du siehst. Ja, nix, ne? Ja, sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Prächtig. Die war auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Seid froh, dass die hier tot bleiben. Ja, das stimmt allerdings. Oh, lass mich raten, da muss ich auch wieder was machen. Oh, Licht am Ende des Todes. Oh, was kommt denn jetzt gleich? Ich will es gar nicht wissen. Da kommt bestimmt gleich der... ...Oberwichser. Ah, das ist die Hirschstatue. Lies es. Lies mir das vor. Da war irgendwo ne Truhe, glaub ich. Ja. Da ist ein paar Warsach kaputt zu machen. Da war auf jeden Fall vor der Statue und war da noch ne Ding. Das ist es nicht. Ne Truhe links. Sofort. So schnell kann ich nicht. Muss ich ja erstmal alles aufholen. Wer weiß, was da noch kommt. Wo hau ich? Katsching. Vor der Truhe? Ja, da unten, genau. Die ist, glaube ich, aber nie so der Burner. Ist der da drüben tot oder macht er nur so? Ne, der ist tot. Da waren wir ja schon. Achso. Da wollte ich es nochmal sicher gehen. Achso, ah, jetzt war sie auch wieder drüber sind. Ja, wo muss ich ihn jetzt lang? De, da war ein Statue, die du anzünden kannst. Ne, eine Statue. Oh, links. Ja, warte mal, da musst du, glaube ich, durch, oder? Oder ne, da musst du nicht durch. Secret gefunden. Der wacht gleich auf. Was gesehen, wie der aufwacht? Aber die war da schon voll. Lieber Heilung. Sieh her. Also, eine Schriftrolle. Können wir ja nicht lesen. Wir sind zu dumm zum Lesen. Äh, äh, so. Tende das an. Feuer frei. Achso. Falscher Knopf. Und was hat mir das jetzt gebracht? Jetzt hast du Licht im Dunkeln. Ja, toll. Und wenn du jetzt nach rechts gehst, also wenn du draußen bist. Wieso kann ich die da nicht kaputt machen? Werf sie an. Ja, wegen 8 Silber hat es gelort. Ja, Respekt. So, da kann ich auch nochmal hinschießen. Also, ich will, da ist noch ne Tür. Richtig? Aha. Da muss ich es noch aufmachen. Mhm. Warum nicht gleich so? Oh, guck mal. Da will jemand mit dir spielen. Schieß den Wichser an. Los, du auch. F, du, ah. 3, R, 3, R, 3. Äh, fuck. Ich hab die falsche Taste schon wieder gedrückt. Noch eine? Das war der Knipp. Oh, guck mal. Ah, da können wir nicht durch. Schieß der an. Doch, der kann das. Junior, was kannst du eigentlich? Nix. Da ist links noch mehr Licht. Warte mal, Gott. Den, pisse er den, der hier ist mag. Da ist noch Licht. Noch wo? Ich. Aber mal gucken, vielleicht ist da ja noch was anderes, was ich zerstören kann. Oh, Herr Lebe. Oh, oh, guck mal. Das kann der Junior lesen. Aber da brauch ich erst ein Steinchen für. Ach so, ja. Ne, da war doch heute. Kannst du runter? Kannst du das abschlagen und dann fliegt der Stein runter oder so? Was? Diese leuchtende Ding. Das ist da. Ne, ne, ne. Da, wo du gerade davor gestanden bist. Ach so, ne. Diese Laterne. Ne, glaub ich nicht. Das wäre ja zu einfach. Das wäre aber zu. Nicht wirklich. Krieg ich noch die Axt in die Schnauze. Die ist unzerstörbar. Da ist. Oh. Oh. Da war aber oben auf jeden Fall was zum Anschließen auf der rechten Seite. Das hab ich ganz genau gesehen. Wieso konnten der sich nicht bewegen? Sind Feuer und Flamme verbunden. Ja. Boah. Ich will. Boah. Und dann ist es ein Schlauze. Ich will. Boah. 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 schmeißt hier rechts das andere rechts da siehst du das ja damit mache ich doch bestimmt nur schon wieder gern von da ist an jedes das geht glaube ich nicht genau da oben ist noch eins oben links sie ist der eimer der eimer das geld drin reicht das vielleicht kannst du auch von oben einfach abschmeißt wenn du dann da oben bist Meister so ganz hochklettert er ist mir egal ich brauche wieder heilung ob Mutter wusste dass es der Berg der Riesen ist ja da lebt was ja aber das ist nur haxel kaxelbeister oh da kannst du rein oh Secret gefunden ich glaube schon ah Truhe siehst du aber ich hätte lieber mal Haltung was haben wir gefunden Apfel fester Safran Stahl dafür dass wir ja unsere Sachen überhaupt null pinken ja weil uns die Metz fehlen naja so du meinst da kann ich hoch ja ich glaube da musst du auch sogar hoch es gibt keinen anderen Weg hab zumindest keinen gesehen ja komm Junior auf meinen Rücken komm in mir wenn du lest was oh Gott oder kann er was lesen siehst du das ja da kommt bestimmt gleich irgendwie irgendwas ekliges gleich wieder vier das redet mir schon wieder so vor ja er will zeigen dass er der Oberbabu ist ja Moment ich kann nicht so schnell weil die Rücken das Gründchen ja heilung ist schon mal ein Jahr schießt man auch nicht ganz die Kette darunter schmeißen hinter dir Augen offen halten auch nein ich bin ich oder nur die Käpte da 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 ich glaube ich bin gleich so sehr machen die Schnauze oh da ist noch eine Kette das ist aber ein Secret das glaube ich nicht da geht es glaube ich nur lang nee nee soll ich da runter ja 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 Secret Kiste als hätte ich es gewusst Boom Katsching und was war? Hacksilber ich jetzt? dein Ernst? für das bisschen Kohle gehe ich da jetzt runter? ja klar Kohle ist Kohle deswegen ist der Junior auch gar nichts deswegen ist der Junior auch gar nicht mit runter der hat gesagt ja komm mach deinen Scheiß alleine du Geldgeiler Sack du Gierschlund oh da kann ich was drehen muss ich hier erstmal was aufwickeln oder? schnell durch sonst oh 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 ich befürchte Schlimmes Kerz des Berges mhm naja zum Glück ist das ein Safe Punkt wenn ich hier verrecken soll kriege ich eh wieder voll Energie vielleicht sind wir fast am Ziel da war doch irgendwo was zum Looten ja das ist das was ich eh schon hab ja was ich wahrscheinlich hätte aufheben sollen na Kackvogel oh da sind immer ein paar wie war das mit dem Anvisieren? mit dem Ziel? äh L1 gedrückt halten L1? äh R1 Entschuldigung hihihi aber ich weiß nicht ob du die Anvisieren kannst weil die sind ja eigentlich schon tot oder noch leben sie nicht doch egal laufen nicht durch die Ding durch die? durch diese Zange nachher wenn du da durchläufst packt sie dich wie so ein Spielautomat und ja schmeißt dich dann weg ist mir doch egal komm geh kaputt echt jetzt? ah kann sie erst werden ah f*** dich du hast ich hab ein ungutes Gefühl ich auch weil da ist so viel Platz ich glaub hier gehts jetzt vielleicht richtig ab wo da ist willst du da was mit dem machen? ich glaub schon oder? wenn der Junior drauf schießt mit dem da? auf die Kristalle ne glaub ich nicht das leuchtet ein bisschen mehr schlag mal drauf ne macht nix da vorne ist auf jeden Fall wieder so ein Siegel was wir nicht aufbekommen hä? wo schießt denn der vor mir denn? kannst ja mal oh oh kannst ja mal kurz davor rin oh oh das gab ja sogar richtig Heilung kann man jetzt hier hier mal was drücken ja verborgene Kammer 4 von 7 ja sehr gut bringt uns nix weil wir nicht reinkommen ne äh wir haben noch gar keine geöffnet wir haben zwar 4 gefunden aber nix da links kann man 4 drücken ja ich glaub da kommt gleich der ah ne die ist schon das ist lustig gar nicht wieso in einer Handschrift steht hier nur Jötner und in einer anderen und auch Zwerge die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht kannst du da drauf schießen? aber das Mauerwerk eindeutig Jötner irgendwo nein das war doch der falsche Knopf Mann oh bin ich behindert ne geht nix doch mal einer ist lichtern ne das ist einfach nur da war was wo ist denn das? hallo? hä? war doch hier ja vierge viergeber kreis ach schlossen naja die haben mich verarscht wie immer die Pisser so nun gehts hier hoch da ganz viel kaputt macht ja super Möbel zerstören das kann ich nachher wenn der erste Oberpacker wieder kommt gehe ich wieder stiften ja da kannst du hoch wahrscheinlich muss ich da hoch ah das kannst du kaputt machen ja 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 wo sind das? nur ne Leiche fax ich dachte eigentlich das wär irgendwie so ein Artefakt oder so ja leider nicht oh da oben ist ein Riesen-Eimer da oben ist ein Riesen-Eimer da oben ist ein Riesen-Eimer ja da echt ja jetzt ich glaub da musst du ganz groben das Dingern schmeißen das hat so keinen Zweck wie? da komme ich nicht hoch ach so da brauche ich den Junior wieder kommst du vielleicht runter oder so ich muss den Junior irgendwo hochschicken da kannst du uns kaputt machen oh meine Giste gib mir die Giste pack Silber naja klar wieso soll doch mal was Gutes drin sein da ist auch schon wieder so ein Scheiß ist das von der anderen Seite dann? ne ich ich glaub wir brauchen da irgendwie irgendein spezielles Ding Zeug ja um dann da halt irgendwie durch zu kommen kannst du ihn da hochschmeißen? ne leider nicht was? er hat nun gesagt ah da ist ne Tür die ist aber zu ein Minwagen ja vermutlich da musste er irgendwie da jetzt hochkommen ja schon wieder diese fucking Drecksrätsel da hinten war ich noch nicht da kannst du ausdrehen ja wahrscheinlich nur so das ist die Zange ich glaub ich weiß wie das geht jetzt dürfen wir schon gar nichts mehr machen und wenn wir das lösen können und wenn wir das lösen können jungen echt jetzt oh hallo oh 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 das ist echt so schlimm oh nein das Seif steckt unter dem Felsen fest das war leichtsinnig ich weiß tut mir leid ja besser ist ja mal kriegst du eine Schelle des Todes Kollege jetzt muss ich ihn direkt da drehen oder was ja die Kette lösen ja oh 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 da kommen Gegners und nicht nur ein paar ah da musst du wahrscheinlich da irgendwie rüber dann kannst du da irgendwie hoch und dann äh kannst du erstmal kriege ich jetzt eine Axt rufen ja das ist besser weil Aua an so ne ich bin bereit ach du hättest du es auch ehrlich jo junior steig ihn oh ja such kleiner homo first R3 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 reiß ihm den Arsch auf meine Kopf naaa aber läuft doch ey was machst du nur da oben keine Ahnung ah das sind die die halt nicht so viel aus da ist noch einer ey ich wollte grad werfen hehehehe der spuckt ne der spuckt gar nicht der ist nur behindert wieso keine Ahnung wieso er so explodiert R3 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 ok so da kann man bestimmt ja was drin machen ah jetzt kommst du da rein aber da musste ich da nichts mehr machen hier so du siehst du irgendwie die Kette lösen aber ich glaub vielleicht musst du dich diesen Tunnel durch damit du da überhaupt hochkommst na dann meh nu das an diesem fetten Steinchen da weißt du ja 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 aber da werden bestimmt wieder gleich diese Feuerwichser drin rum eiern komm ich da hoch komm ich da hoch ah da ist ein Schmied Schmied hast du Glück gehabt ne ich hätte ich grad oh ich muss dir mal zeigen wie das geht heheheheh wenn das funktioniert hätte ja wäre gut FUKEL nicht so schnell ganz ein bisschen vorlaufen ja ich tue erstmal hier den Wichser wegkloppen hast du es nicht so weit was ist das wow wie groß ist das hier ist das ein Arto fuck ja groß holy shit oh ja genau so macht man das da ist Licht ja so macht man das und nicht anders Kollege weißt du du eierst eine halbe Stunde ja aber meiner war ja wohl auch ein bisschen weiter weg ach jetzt ach doch hier ist gar keine Truhe aber hier gehts irgendwie auch lang da musst du irgendwas schmeißen wirf den Dreck ja wahrscheinlich geh falsch rum geh du oh ja da links ist die Tür ja aber die geht auch wieder zu guck mal die Stacheln an egal hallo das heißt mach das da drin und dann lauf ok oh falle wenn ich das jetzt los lass dann dann ist er mal sicher doch warte dreh dich mal um mach jetzt nichts unüberlegtes unüberlegtes kann ich da durch ne du musst da oben rein ne 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 du musst da deine Axt dran schmeißen naja naja so ja einfach aber jetzt jetzt bin ich ja trotzdem ach so ich dachte schon ich wäre wieder da wo ich vorher war erstmal hier diese mofus weg kann oh oh der ist aufgewacht hättest du dir mal lieber schlafen gelassen ne hier schlägt das dann immer für immer ja vor allem oh guck mal was da ein dicker mopsi da rumliegt oh alter das ist oh der lebt auf der hat gezockt der hat gezockt weil meine Axt in ihm drin steckte ich habe so Befürchtnisse dass das gleich ganz böse aussieht oh guck mal da ist einer ey das ist so verwirrend hier schon wieder wo ist denn du da wo zum Teufel sind wir eigentlich er lebt mit einem HP ja so sieht das gut aus aber da kannst du glaube ich an der Seile an der Seile da links war so eine Säule da kannst du glaube ich hoch springen oder die leuchtet gelst glaube ich was zum ab was hier ja die da leuchtet gelb und du meinst hier ja ich glaube alles was gelb läuft nein da geht nix ok hab nix gesagt ich glaube ich muss schlag den mopsi mal meinst du vielleicht schläft dann was das oh der ist ja süß doch ein Arschloch ja aber ein kleines süßes Arschloch Feuer Joe wo ist er bring ihn um kannst du den bewegen der ist klein der kann ja wohl nix drauf haben doch doch das ist also was der für Ultraschick gedroppt hat aber ich hab den auch gar nicht getroffen oder hat er das nur bewacht vielleicht hat sie dir das gegeben weil du ihn nicht umgebracht hast meinst du wirklich weil ich so gutmütig bin oder was weil der war ja so ein kleines Baby ja ich meine ob du gutmütig bist oder nicht ich meine du hast ihn halt einfach verfehlt nein das war aber der hat dir dann das so als Geschenke gegeben und gesagt ah dann muss ich was schieben ich liebe dich ich liebe dich hehehe ha und das war das musste kaputt putten das seh ich das gelbe ach so ha 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 habe ich ihn jetzt freigelassen ja den kick kick ding käfig wollte ich schon sagen das ging kannst du ja ja ich habe das schon verstanden ich dachte nur hinter mir der wacht noch auf oder so also wenn du den mit der achse ins gesicht schlägt schläft er und er hat er dann das ding mit nimmst dann sagt er ja warte mal kurz ich bin zu weit ja hier ist das ding zu hoch und drauf geschießen ich jetzt muss jetzt den dreck wieder ziehen ja bisschen zurück ja wenn ich jetzt mal aufhören so in diesem sinne würde ich aber sagen mache ich feierabend dann darfst du den rest auch mal eine truhe ja die darfst du im nächsten paar oder geht's rüber ich weiß das mache ich dir noch fürs nächste mal das ist aber lieb danke ich mache doch das andere was denn über dir ist ganz schön faul für deinen partner muss ja nur noch durch die da muss ich gar nichts mehr machen ja aber du hast das falsch gemacht was du hast mir zu viele leben übrig ja ich wollte gerade sagen moment soll ich mal also gut dann machen wir feierabend und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dann ciao